So, wir sind gerade hier bei Maurice, bei Najaboy. Er kocht uns gerade was Leckeres, China-Pfanne. Guck mal, wie lecker das aussieht. Aber afrikanische China-Pfanne. Aber afrikanische Leider. Afrikanisch schmeckt ein bisschen, ich habe Müll. Danke schön, Maurice, dass du für uns kocht. Patei doch. Komm mal weg, sprich mal hin, wann schriffst du eigentlich? Ich weiß nicht, ja. Maurice, danke, dass du für uns kocht, ja. Hey, Patei. Sehr nett von dir. Inschallah, schmeckt. Inschallah, oder? Ja, inschallah. Wenn ich rein schriffen, dann musst du schmecken. Hey, Junge. Hier wird von ihr. Hamza kommt gleich. Dann war ein Automatpiel. Was für ein Automatpiel? Junge. Junge, die spielen keine Glücksspiele. So war es erst ab 18, so was darf man nicht. Merkt es euch, Leute, merkt es euch. So, die Kiebel ist in der Tat. Glücksspiel ist nicht viel gestattet, Digga. Hey, wo kommt ihr eigentlich nicht? Hä? Nein, man, Berlin. Berlin! Neu, Berlin! Und Tempelum. Aus Neu, Tempelum, ich weiß mal aus Tempelum. Aus Neu, Tempelum einfach, weil Neu, Tempelum, der ist Neu, Tempelum. Oh! Und wenn du für alle, die noch nicht in Berlin waren, kommt mit uns Kuda, einen Samstag und einen Freitag, Digga, wird es top werden. Ja, weil kommt einfach Kuda in der Nähe von KFC, Chill. Ihr wisst da, wo alle Touristen auch immer hingehen. Ist so unsere zweite Refa-Watt, versteht ihr? Trepppunkt, Trepppunkt 23 Uhr, Rathaus Steglitz, Verbrunn. Nein. Nein, Trepppunkt 23 Uhr, Rathaus Steglitz, seit um 21.30 Uhr einfach Kuda, wenn ihr wollt. Ja, Samstag oder Freitag, Digga. Ja, Yalla, Juhuu! Uns Uranfahrt wird einfach unnormal. Oder rufe einfach an 06-700-1212-PIEP! 07-700-1216-61212-PIEP!